So, wir haben Eier eingesammelt und wir sind natürlich zurückgekommen auf unsere Heimatstation. Aber wir sollen noch Puteneierplatten in den Schlitten laden. Also bis jetzt nur reinladen. Ich weiß nicht, was wir mit den Platten dann oben sollen. Oder ob wir sie auch gleich wieder ausladen können. Ich habe keine Ahnung. Ach, immer mein gleiches, mein gleicher Denkfehler. Für mich ist das immer irgendwie auch das Lager. Okay, wo haben wir den Puteneierplatten? Wir haben ziemlich viele, sind die weit hinten? Wahrscheinlich Gänseeier, Puteneier. Nicht verkaufen, nein, auf den Schlitten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aufladen reicht. Die gesamte Fahrt nach Polar seit über konnte ich an nichts anderes denken als an die Herkunft des heiligen Steins. Ich musste schnell meine Aufgaben erledigen und die nötigen Vorkehrungen treffen. Und jetzt dürfen wir weiter ausbauen, oder? Ich muss nicht vergessen, die Schamane nach der Herkunft des heiligen Steins zu fragen. Gehe nach Polar seit. Ähm, okay. Also ich habe das ja noch nicht ausgebaut. Die einfach nur hochfahren, um nachher wieder nach Hause zu fahren, ist ein bisschen doof. Aber, hm, okay, ich kann ja ein Röntgen oben bleiben und vielleicht noch ein bisschen Gras dort zupfen. Unkraut jäten. Okay, machen wir. Äh, wir laden hier wieder aus. Ich glaube nicht, dass die, wobei es wäre ja witzig, wenn die, wenn die Schamanen das nachher bräuchten. Keine Ahnung. Oh, ich nehme es mal mit. Vielleicht hat es ja doch irgendeinen Sinn. Deswegen fliege ich jetzt auch nicht. Sondern fahre jetzt einfach mal so hin. Bin ich jetzt richtig? Dass ich doch irgendwo anders rauskomme. Lupp, sofort als wir in Polar seit eingetroffen waren, eilte ich zum ältesten Schamanen und fragte ihn nach der Herkunft des heiligen Steins. Bevor ich meinen Freunden einen Besuch abstatte, muss ich zuerst den Schlitten abladen. Entlade die Puteneierkörbe in Polar seit. Was natürlich nur geht, wenn das hier fertig gebaut ist und das ist noch nicht fertig gebaut. Bereite etwas Brei oder Fisch für die Hunde zu und sammle und tausche ein Schamanenset. Okay, das heißt, ich muss tatsächlich erst fertig bauen. Der braucht halt, weil ich keine, ich brauche dafür 20 von diesen Eisenrohren und da hatte ich kein einziges mehr, weil ich erst vor kurzem seinen Ofen gebaut habe für, für meine, für mein Wohnhaus, glaube ich. Da habe ich das gebraucht. Kommode ist schon fertig. Schienen, auch kein Problem. Aber das ist natürlich ein ordentlicher Öschi, wenn man die Ressourcen nicht hat. Ich habe jetzt die Puteneierkörbe einfach zu Hause abgeladen. Irgend auch. Aber wahrscheinlich müssen wir sie noch mal hochkarren, würde mich nicht wundern. Boah, dann machen wir mal ein bisschen Brei für die Hunde. Ist ja egal wo. Sollte hier eigentlich möglich sein. Wie viel? Ist schon gut. Und, 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 und. Sammler tausche Schamanensets. Fünf. Da bin ich jetzt gespannt, ob ich das habe. Wahrscheinlich schon. Würde aber sehr gut zum Thema passen. Oh, oh, ja, sehr viel. Kohle. Ich kann gleich mal zehn eintauschen. Jetzt, wo die Arbeit verrichtet ist, habe ich Zeit, mich philosophischen Fragen zu widmen. Ja, mal gucken, was die Schamanen erzählen. Der Abend begann mit dem traditionellen Austausch von Geschenken mit dem Schamanen. Tausche Pelzmützen für dich und deinen Begleiter in Polarzeit ein. Tausche Ledertaschen in Polarzeit ein. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir an den Punkt. Und ich glaube, die Pelzmützen, die kann man da oben herstellen, ne? Da sieht man noch nicht. Aber ich meine, wir können es woanders gucken. Und zwar, ich glaube, hier brauchen wir das auch. Ja. Kann in Polarzeit eingetauscht werden? Ja, ja, ja. Steht ja eigentlich auch dran. Tausche sie ein. Tausche zwei, tausche fünf. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich auch das Gebäude mal fertigstellen. Sonst geht da gar nichts. Puh, hat ganz schön gedauert mit dem blöden Draht. Alles andere ist schon erledigt. Die Lehrlinge sind versorgt. Und vorher haben wir auch schon lange gemacht. Jetzt fehlt nur noch ein Draht und den gibt's hier. So, am Abend kam Jim Emerald zu uns, klopfte Charlie auf die Schulter, lächelte und überreichte ihm eine Kiste mit Juwelierswerkzeug. Du hast so tolle Arbeit an meiner Werkstatt geleistet, sagte er. Jetzt soll dieses Werkzeug für dich arbeiten. Danach hielt Jim Charlie einen langen Vortrag über die Grundregeln des Juwelierhandwerks, einschließlich Gemmenschnitt und dem Herstellen von Fassungen. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwas Blödes. Äh, was? Nein, da ist die neue Quest. Ich dachte gerade, hm? Oh, wir dürfen wieder Sits eintauschen. Ach, wir hatten nicht geplant, noch eine Nacht zu bleiben und hatten nicht genügend Geld mitgebracht. Wir sollten die verbliebenen Sits gegen Münzen eintauschen, um das Hotel zu bezahlen. Oh, wir kriegen Energie. Wir sind gar nicht voll, aber ist nicht schlimm. Okay, sammeln und tauschen Stein-Set, Wikinger-Set und Inuit. Man hört gerade das Gekläffe. Ich habe mir einen Hund gegönnt, weil der gerade im Angebot ist. Aber das Gekläffe nervt mich total. Okay, wir brauchen, wir brauchen Inuit. Äh, was? War er noch? Wikinger oder wie? Jetzt gucke ich nochmal. Ja, Wikinger. Äh. Ja. Eins, zwei. Beiden kann ich auch brauchen. Beim Abendessen erzählte Charlie, dass Jimmy ihm erzählt hatte, der Ring solle die besten Eigenschaften der geliebten Person vereinigen. Er solle eine Art Darstellung von stiller Schatten sein. Der Ring würde aus dem reinsten, hochkarätigsten Gold sein, da stiller Schatten selbst die schönste und wunderbarste Frau der Welt sei. Der perfekte Stein sei der Aquamarine, da er bescheiden und zart sei und die Farbe ihrer wundervollen Augen habe. Morgen kamen, traten wir den Heimweg an. Das heißt, ich stelle jetzt mal gerade den, der Hund nervt. Oh, jetzt brauchen wir einen Aquamarinen. Aquamarinen wächst der hier im Beet, wie auf dem Bildchen. Oh, oh, oh. Ja, guck mal, da wächst er. In unserer Abwesenheit hat er sich eine Menge Arbeit angestaut. Arbeit, die so bald wie möglich nachgeholt werden muss. Oh, ne, Pflanze und Erntetomaten, Pflanze und Erntemöhren, Pflanze und Erntepaprika. Ah, das dauert wieder so ewig. Und dann auch noch 100 Stück. Mann, no. Diesen Zwischensprung hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht. So rein theoretisch. Das ist jetzt einfach nur zum Hinhalten, dass wir wieder was zu tun haben. Weil der Story zuträglich ist es ja nicht. Und wir sind ja auch gerade nicht auf der Station. Aber nun gut. Für unsere Aufgabe hier in Nord, wie heißt es? Polarzeit, genau. Nicht Nordpol, sondern Polarzeit. Damit wir hier die Sachen austauschen können, müssen wir natürlich erst mal dieses Schamanen-Monument fertig aufbauen. Ich habe jetzt die Sachen auch alle dabei. Und wir machen das mal und gucken, was wir jetzt brauchen, um das überhaupt aufzubauen. Das ist fertig. Wir schauen mal rein. Oh, wir könnten weitere Wegweiser herstellen mit Möhren. Und ja, okay. Vielleicht können wir ein Schild beschriften mit Möhrensaft. Keine Ahnung. Dann haben wir einen Schamanenhut. Der Schamanenhut, den brauchst du, damit die Ortsbewohner den Weg nach Indigo zeigen. Okay. Waren wir dann auch für irgendeine Quest. Und hier haben wir unseren Helm. Und ich glaube, ich sehe nicht recht. Also die Fellmütze. Dazu braucht man noch mal so einen blöden Ofen. Und wir brauchen ja nicht nur eine. Es sind zwei. Ist das böse? Und fünf Ledertaschen. Die sind hier. Nein, das sind Taschen. Ist das die Ledertasche? Das ist eine andere, oder? Gurte ist sehr gut, weil Gurte brauche ich, um endlich mal meine Fabrik fertig zu bauen. Deswegen wollte ich ja unbedingt auch hier weiterkommen. Wir können auch unseren Schlitten noch mal aufnutzen. Gegen 5 Karat Diamanten. Sodass er Entfernung 150. Aha. Er kann ein bisschen weiterkommen. Und 100 Kilo mehr tragen. Okay. Also es sind aber gleich viele Hunde, ne? Die vorderen zwei Hunde werden ausgetauscht. Wenn ich es jetzt richtig sehe. Und sind dann von einer anderen Rasse. Mhm. Hier könnte ich gegen Gold auch noch Fisch eintauschen. Ah, okay. Die nehmen Gold. Fisch. Feuerwürstchen. Aus Kröten kann man jetzt Energie-Food herstellen. Oh wei, oh wei, oh wei. Also ich glaube, ich werde dann erst mal gucken, dass ich meine Fabrik fertig kriege. Dann geht auch das hier mit dem Ofen vielleicht ein bisschen schneller. Weil ganz ehrlich, die ganze 20 Eisenrohre mit zwei Blechnereien. Da sitzt man. Okay. Und diese Tasche hier, das müsste ja die Ledertasche hier sein, ne? Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo man dieses Extrakt herbekommt. Blaues Extrakt, der wird in der Location. Okti. Ja, aber das würde doch voraussetzen, dass man nach Okti geht, bevor man... Also es kann aber sein, dass ich trotzdem welches Zuhause habe, irgendwie aus irgendwelchen Geschenken oder sowas. Fünf Stück. Schauen wir mal nach. Ich schreibe mir das mal auf. Was man da so braucht. Ach, ich kann das ja eh gucken. Man kann es ja im Turm nachgucken. Dann brauche ich es gar nicht aufschreiben. Oh, das gibt auch gut Arbeit. Aber sowas ärgert mich dann auch immer, wenn man jetzt jetzt heißt, ja geh du mal nach Okti, denn da kriegst du was, was du für davor brauchst. Und nachschick dich die Quest vielleicht nach Okti. Naja, wir gucken mal, wie wir es zusammenkriegen und ob wir das Extrakt vielleicht sogar schon vorrätig haben. Na, jetzt sollten die Vorräte doch alle fertig angepflanzt und geerntet sein. Es fehlt nur noch ganz bisschen Paprika und die steht hier. Die ernten wir jetzt auch noch. Ich habe ein bisschen mehr angepflanzt. Da, wie es schön aussieht. Charlie konnte es kaum erwarten, mit der Herstellung des Rings zu beginnen. Er war so schnell bei der Arbeit, dass bis zum Abend alles fertig war. Und wir haben übrigens, das habe ich nachher im Lager gesehen, wir haben ja beim letzten Mal hier so eine Kiste bekommen. Eine Juwelierskiste, die du brauchst, um Schmuck herzustellen. Und wenn man die jetzt, also die kann man platzieren und wenn man die dann anklickt, dann sieht man, dass wir hier wohl noch einiges tun müssen, um schlussendlich diesen Ring zu fertigen. Mal kurz gucken, was die Quest so sagt. Charlie stand beim ersten Morgenkrauen auf und rannte ins Lager, um die Juwelierskiste zu holen. Da steht sie. Er zog sich um und machte sich an die Arbeit. Finde die Juwelierskiste im Lager und platziere sie auf dem Gelände. Haben wir schon getan. Und zieh dich um. Oh, mal was ganz Einfaches und Schnelles wieder. Dann ziehen wir uns mal um. Die Herstellung eines Ringes erfordert viel Material und viel Arbeit. Reines Gold zu finden ist schwer und Aquamarine zählen zu den seltensten Steinen der Erde. Doch Jim hatte Charlie einen Tipp gegeben. Aquamarine findest du an Orten, die wie Aquamarine aussehen. Was? Das heißt? Charlie begann mit der Herstellung des Rings. Wir taten alles, um ihm zu helfen und die Arbeit ging bestens voran. Stelle den Aquamarinenring her. Okay, jetzt müssen wir quasi hier gucken, was wir so nach und nach brauchen. Wir brauchen auf alle Fälle Steine. Warte mal, wie viel brauchen wir denn jetzt hier? Wir brauchen Aquamarine. Da haben wir schon mal gar nicht genug. Aquamarine kannst du auf den Stationen deiner Freunde ausgraben. Und wahrscheinlich auch über andere. Aber guck mal, jetzt spiele ich schon so lang und habe erst 12 von 30. Das heißt, es dauert noch mal ewig. Dann brauchen wir 20 Schleifräder. Das ist eigentlich eher weniger ein Problem. Außer, dass dann mein ganzes Eisen weg ist. Können wir aber noch ein bisschen warten. Und hochkarätiges Gold brauchen wir drei. Boah, für den brauchen wir 20. Und dann brauchen wir für das auch noch mal 20. Joa, das ist gar nicht so ohne, ne? Machen wir mal. Ah, hier kriegen wir auch nicht alle zusammen. Das heißt, das wird so ein bisschen eine Arbeit, bis wir das komplett durch haben. Weil schon allein beim Aquamarinen scheitert es ein bisschen. Und hier brauche ich gerade so viel, mein Eisengrad für so viel anderes. Also ich kann noch mehr herstellen, so ist es nicht. Aber es dauert halt. Und ich glaube, wenn wir mal hier unser Eisenwerk endlich mal fertig haben, dann konzentriere ich mich lieber auf diese Sachen. Dann geht auch das andere wieder ein bisschen schneller. Da freue ich mich schon drauf. Da können wir mal wieder die Beta richten. Dann habe ich noch ein bisschen etwas mir ergoogelt, weil ich gedacht habe, warum tut sich mit Ukti nichts? Und Ukti ist ja eigentlich, jetzt buddel ich mal erstmal hier fertig, sonst wird es unterbrochen. Wenn wir auf die Karte gucken, ist Ukti ja eigentlich als nächstes dran nach Adlerhorst, weil die Pfeile führen hier runter nach Ukti. Das ist noch unberührt. Und dann erst nach Polarzeit, wo wir jetzt gerade sind. Und jetzt habe ich mal ein bisschen gegoogelt, weil ich wollte es einfach wissen, ob es da eine Questreihe gibt und wenn ja, wie sie beginnt. Ist die Level abhängig? Muss ich erst was anderes abschließen? Zum Beispiel das mit dem Ring? Könnte ja sein. Oder irgendwas anderes. Was ist Voraussetzung? Und habe herausgefunden, gar nichts, außer, dass man hier einmal einfach vorbeifahren soll. Das heißt, wir hätten eigentlich tatsächlich uns eher an die Pfeile halten sollen, als dass wir eine Quest bekommen. Deswegen fahren wir heute mal nach Ukti, denn hier oben, das wird noch ein bisschen dauern mit diesen ganzen Öfen und ja, Extrakten, die wir herstellen müssen. Denn ich habe nachgeschaut, wegen des blauen Extrakts. Ich habe vier Stück, aber dafür würde uns dann eben noch für die Quest 1 fehlen. Oder für die Herstellung eben. Und wir müssen auf alle Fälle nach Ukti, um hier die Dinge fertigstellen zu können. Ukti ist Voraussetzung für da. Okay. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal gucken, was in Ukti los ist. Ah ja, und ich habe, das kann ich euch aber zeigen, weil das da auch dann gut sichtbar ist. Wir, oh, nein, geht gar nicht. Wir brauchen einen Kanister. Und den Kanister können wir in Adlerhorst herstellen. Okay. Was brauchen wir denn für diesen Kanister, für Gegenstände in Adlerhorst. Man sieht es ja auch hier, wenn man hier durch zappt, durch die Locations, kommt Adlerhorst und dann Ukti. Und dann erst Polarzeit. Auch da sehr eindeutig. So, jetzt gucken wir mal. Da ist der Kanister. Fünf Rohre, fünf Eisenräder. Und die fünf Eisenräder, die kriegen wir auch hier in da, im Glied des Windes, ne? Ja. Okay. Da müssen wir dann halt erstmal basteln wieder. Aber, das ist ganz praktisch. In Glied des Windes wollte ich euch nämlich auch noch ein bisschen was zeigen. Okay, fünf mal fünf ist 25. Dann laden wir da mal 25 auf. Und hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann reisen wir mal auf der Karte nach Glied des Windes. Warte mal, warte, 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 was brauchen wir denn noch? Bevor ich hier jetzt wieder zehnmal hin und her fahre, wir brauchen noch fünf Rohre, aber ich glaube, die fünf Rohre, ich habe vier. Wirklich gerade eins fertig? Kann man Rohre, ich habe schon x-mal geguckt, ich weiß, kann man Rohre eintauschen? Manche Sachen merke ich mir immer nie, immer nie widerspricht sich schon irgendwie, aber okay. Ich glaube, es gab es, aber es ist sehr weit hinten. Hier gibt es auch Bahnen, aber da gibt es habe ich nicht viel. Irgendwo gab es sie, glaube ich, aber, nee, gar nicht. Okay. Nägel habe ich heute schon eingetauscht. Rohre gibt es leider gar nicht. Ich gucke, manchmal gibt es zwei Sachen, nee, nur Ketten. Okay, das heißt, ich muss noch ein Rohr fertigstellen. Wann ist das fertig? In einer dreiviertelstunde erst. Okay. Ja, dann fahren wir aber trotzdem Lied des Windes und machen die Sachen. Das fühlt mich jetzt nicht groß. mühsam nähert sich das Eihörnchen. Ach nee, muss ja Adlerhorst oder? erst Lied des Windes. Oh, ich bin schon ganz durcheinander. Aber ich kann euch hier zeigen, meine Schafe und meine Kühe haben sich hier durchgefressen und dann wurde hier ein kleines Areal noch frei mit Dingen, die wir mit nach Hause nehmen können. Was ich schon mitgenommen habe, war, da lagen auch ganz viele Kisten und Fässer hier. Es war voller Fässer und Kisten. Die habe ich mir natürlich auch gleich geholt. Jetzt sieht es schon sehr viel freier und trotzdem noch sehr verwachsen aus. Aber wie gesagt, ich lasse erst mal alles von den Tieren abfressen. Dann sehe ich ja, was es da so gibt. So, wir sollten vielleicht auch abladen. Abladen. Ach ja, und ich wollte euch ja sagen, ich habe mir jetzt den neuen Schlitten geholt, den man in Polarside eintauschen kann. Jetzt habe ich hier zwei weiße Hündchen. Ohne dran. Das heißt, der Schlitten kann jetzt schneller fahren. Ich komme also weiter mit ihm. Er braucht jetzt nur noch die Hälfte von diesem gelben Fischfutter, Hundefutter von dem. Dafür aber Fische. Gelbes Fischfutter, ich habe es mal wieder vermixt. Das heißt, ich muss hier weniger herstellen und kann mal endlich von meinem vielen Fisch zehren, was ganz praktisch ist. Und er kann auch ein bisschen mehr tragen. Das habe ich euch beim letzten Mal ja schon vorgelesen. den habe ich jetzt eingetauscht. Und jetzt gucken wir mal hier. Wir brauchen eins, zwei, drei, vier, fünf. Das laden wir uns dann wieder auf den Schlitten. Und brauchen wir sonst irgendwas noch unten? Das nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mal mit. Es wäre schön, wenn wir hier auch irgendwelche Edelsteine hätten, aber nein. also die, die wir denn brauchen für die Quest. Oh, das wird dauern, bis wir diesen Ring fertig haben. Mei, oh mei. Es sei denn, man wünscht sie sich zusammen von den Freunden oder oder zahlt einfach Smarakte dafür. Manche machen das ja. Okay, dann habe ich das euch auch gezeigt. Wir flitzen mal nach Hause und dann würde ich nämlich noch gerne, ach nee, ich glaube, das mache ich dann zusammenfassend mit dem Osterevent, dass ich das mal noch ein bisschen, was wir da für Belohnungen kriegen. Da steht noch ein bisschen was aus, an was ich arbeite mit der Schokoladenfabrik, also mit Schokolade herstellen, da möchte ich noch ein bisschen Belohnungen haben. Und dann wollen wir ja auch noch den Altar aufmachen und wir haben heute auch noch ein Ostergeschenk bekommen, denn heute ist Ostersonntag, aber das machen wir dann alles zusammen auf, würde ich sagen. Jo, das heißt, Ring herstellen, und hier natürlich die Sachen, das wird pauchen, das wird pauchen. Ja, und den Kanister halt. Dauert noch ein bisschen.